Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Ihrem Fokus Kanal. Wir spielen heute Wer Weiß Mehr. Mit dabei ist Dullen, Stylo, Eli und ich, Robin, ist der Moderator. Viel Spaß mit dem Video, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und viel Spaß. Okay, wir machen als erstes Top 25 Rating aus IFC, aber ohne Frauen, weil ich glaube, das kriegt er nicht hin. Immer abwechselt, oder was? Yes. Dann wir fangen einfach von oben an, Dullen fängt an. Ähm, Mbappé. Mbappé ist... richtig, ja. Dann Eli. Digga, weißt du alles auswendig? Ich hab's mir aufgeschrieben. Ähm, Haaland. Haaland ist... richtig. Ähm, Sydney. KDB. KDB ist auch richtig. Dann Stylo. Ähm, Kane. Kane. Richtig, ja. Lewandowski. Lewandowski, ja. Messi. Messi, ja. Sag dir ehrlich, jetzt wird's schwer bei mir. Spinegg? Ja, so gut. Neymar. Neymar. Ähm, ja. Digga hat so viele 89er? So viele 89er, nice. Ach oben sind nur die 90er, oder was? Ja, auf jeden Fall bis dahin sind auch noch 99er. Thibaut Courtois. Oh stimmt, wie toll das sei. Courtois, ja. Äh, Benzema. Benzema auch richtig, ja. Huuu, Oblak. Ich bin. Hörball. Oblak. Und? Oblak? Bitte falsch, bitte, bitte, bitte. Oblak ist noch dabei, ja. Oh mein Gott, 28er, okay. Ähm, na gut, dann trau ich mich nicht. Winnie. Ja. Winnie ist auch dabei, ja. Boah, 89er. Ähm, 88er sind nicht alle dabei, ne? Ich nehm Kimmich. Kimmich, ja. Ja, also 88er sind alle dabei. Sind alle? Ja. Ah, okay. Okay, ähm, dann sag ich, äh, Rotri. Rotri? Mhm. Ja. Dann sag ich 89. Winnie? Ja. Virgil. Virgil. Oh. Ja. Mann, Digga. Völlig, völlig entspannt. Ich hab jetzt Stress. Ähm, einen hab ich noch in Hinterhalt. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Er ist der Bestspieler der Welt, der muss. Ja. Der ist einfach ZM jetzt. Ähm. 70 Steff. Ruben Dias. Ruben Dias ist auch dabei. Boah, 89er, Alter. Ähm, Griezmann. Griezmann. Ja. Wie geht er durch? Äh, jetzt kracht. Ich hab einen, ich weiß nicht, ob er 7 oder 88 hat. Boah, ich glaub er hat 87. Wie lange hab ich Zeit? 30 Sekunden. Oh, ich hab zwei, bei denen ich mich nicht traue. Ja, so 15 Sekunden hast du noch. Ja, kommt da noch was? Salah. Salah. Salah ist auch dabei, ja. Boah, 89 hat der. Echt drin? Äh, ja. Oh nein. Ja, äh, Valverde. Ja, ich mach's. Das war meine Deid. Ja, Valverde ist auch. Okay, jetzt hab ich keinen mehr. Ähm, Ter Stegen. Ja, hab ich mir nicht getraut. Ter Stegen, yes. Boah, jetzt wird's krachen. Es gibt noch 89er. Ähm, Erason. Erason. Mmh. Erason ist... Ja. Auch 89. Ach, jetzt kracht's. Ach, jetzt kracht's. Es gibt ja auch noch 4. Der hatte letztes Jahr das, der wird doch kein Upgrade bekommen haben. Bei Arsenal gibt's keinen. Die italienische Liga knallt komplett rein. Äh, kann sich jetzt auch raus. Also einen aus der italienischen Liga gibt's. Und die anderen? Handanovic. Handanovic? Nee, Handanovic ist falsch. Ach. Ja, die anderen sind, glaub ich, alle Premier League. Warte. Ja, Premier League. Dreimal Premier League und einmal Serie A. Mann, der letzte. Alisson. Alisson? Äh, ja. Ich kann auch noch sagen mal. Ähm, O'Simen. O'Simen. Ja, das ist der Serie A. Alter. Was? Alter. Jetzt kommt noch 2 Premier League. Nice. 1,980er sogar. Digga, wer soll es sein? Wer dran? Ich bin dran oder? Ja. 2.000 Jahre später. Ja. Ich dachte eigentlich schon lieber, aber wenn er sagt, nicht stink's. Zehn Sekunden noch. Ich sag Oedegaard. Oedegaard ist falsch. Ja ne. Dann Sidney wieder. Ich hab zwei Kandidaten. Fuck, ich hab den einen vergessen. Ne, gar nicht. Ich nehm Grealish. Ne, Grealish ist auch falsch. Dann kann Stylo jetzt gewinnen. Boah, der hatte letztes halt 89. Der safe Downgrip. Aber egal, Casemiro. Casemiro ist richtig, ja. Stylo gewonnen. Ist Bruno Fernandes drin? Ja, Bruno Fernandes drin. Ach Degas. Den hab ich richtig nicht getraut. Ich hab noch Son gesagt vielleicht. Gar nicht an United gedacht. Okay, dann als nächstes machen wir die 21 schnellsten Spieler. Outro von Stadion noch. Wieso Outro? Ist doch noch. Es geht auch weiter. Ach so, es geht weiter. Das war doch schon hier. Ne, 8 Minuten. Schade. Schmutz, Degas. 21 schnellsten? Ja, 21 schnellsten Spieler in FIFA. Also Goldcard, ne? Okay. Äh, grad hat Dulln angefangen. Dann fängt jetzt, fängt jetzt Sidney an. Ähm, Kili. Mbappé. Äh, Mbappé, yes. Der ist schon von meinem Essen kommt pünktlich. Wer ist? Äh, dann machen wir einfach rückwärts Eli jetzt. Venni. Venni ist auch richtig, ja. Wie viel Pays hat Mbappé? 95. 97, Bruder. Boah. Wer ist jetzt? Das, was oben links steht. Jetzt ist Dulln. Äh, Davis. Davis. Ja, ja. Ähm, Karima Dehemi. Stimmt, der noch ist viel. Ja, der ist 96. Alter. Hecker. Alter. Echt bin? Ja. Der ist der zweitschnellste Spieler an FIFA. Alter, wie crazy. Schneller als Venni einfach. Ja. Ähm, Coman? Nee, Coman ist falsch. Oh, oh, oh. Der hat, glaub ich, nur 88 oder so. Was? Ähm, Teo Hernan. Was hast du gesagt? Hernandes. Teo Hernandes, äh, yes. 93 hat der. Dulln ist, ne? Ja. Äh, Diaby. Diaby, äh, ja. 95. Frimpong. Frimpong. Ja. Sind das auch Silberkarten? Nee, nur Gold, nur Gold. Schade. Dann ist jetzt, äh, Eli drin. Ja, da kracht's auch schon. Muss ich sagen. Walker? Nee, Walker ist falsch. Ach. Oh, Frimpong bestimmt. Dull, ne? Ja. Ähm. Iñaki Williams. Iñaki Williams. Iñaki Williams ist auch wieder dabei, ja. Yes. Nice. Ja, dass der immer noch so schnell ist, ja. Geisterkrank. Ähm. Leao. Raphael Leao, yes. Oh. Digger, wie schnell sind die alle? Dulln wieder. Sind die alle schwarz, hä? Ja, ist noch schnell. Ähm. Mondi. Mondi. Nee, der ist falsch. Oh. Ich muss jetzt einen richtig haben, ne? Um zu gewinnen. Ja. Oh. Warum fällt mir einfach keiner mehr ein? Ich hätte es noch zwei Kandidaten. Zwei Kandidaten jetzt, ne? Ja. So. Obvious shit. Einer ist noch Obvious, würde ich sagen, ja. Mhm. Ich nehm Leeroy Sané. Mhm. Mhm. Das war ein Kandidat. Das war alles falsch. Aber mal Trauré, Digga. Keine Ahnung. Nee, den gibt's den FIFA nicht. Was? Was? Wo ist der? Ich glaub der ist immer noch bei Wolfs, aber der war vereinslos. Wollen wir stechen machen oder einfach unentschieden? Ja, komm. Unentschieden. Unentschieden, oder? Unentschieden. Dann löse ich noch die restlichen auf. Wer hat das drin gewissen? Becker. Becker gibt's noch. Michael aus Daudia. Ja, Michael, klar. Michael, ja. Usa. Ja. Daniel James. Ja. Hier Usman Dembélé. Das war das. Ich wollte Usman. Ich dachte, der hat Ubers Downgrade bekommen. Der hat 86. Der hat plus 3 bekommen. Oh mein Gott. Rafa. Openda. 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 Luzano. Nico Williams. Ach, der auch? Ja, Bruder. Sanjus natürlich. Noll. Goll. Zanuzi. Und Keuter. Ja. Süße Spieler. Also ich hätte alle gewusst, bis auf Michael. Openda, Bruder. Was wird das für eine OP-Karte? Ja, Mann. So, Freunde. Das war's. Wer weiß mehr zu EAFC24. Ich hoffe, euch gefallen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ein Abo da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschau. Tschau rein.